Ein Drama in den Lüften von Jules Verne Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Ein Drama in den Lüften von Jules Verne Am Monat September des Jahres 1850 kam ich in Frankfurt am Main an, nachdem ich die Hauptstädte Deutschlands durchreist und verschiedene brillant gelungene Ballonfahrten ausgeführt hatte. Bis jetzt aber war kein Bewohner des Bundesstaats geneigt gewesen, mich in meiner Gondel zu begleiten. Selbst die von den Herren Green, Eugène, Godard und Beutewa in Paris angestellten Versuche konnten die ersten Deutschen nicht dazu bestimmen, sich auf die Bahnen der Luft zu wagen. In Frankfurt jedoch hatte sich kaum die Nachricht von meiner bevorstehenden Auffahrt verbreitet, als drei der Honorationen bei mir vorsprachen und um Erlaubnis baten, mich begleiten zu dürfen. Zwei Tage später sollten wir von dem Theaterplatz aus emporsteigen. Ich musste mich also sofort damit beschäftigen, die Vorbereitungen dazu zu treffen. Mein Ballon war aus Seidenzeug gefertigt, das mit guter Pärcher präpariert und somit gegen Säuren und Gas unempfindlich und total wasserdicht gemacht worden war. Sein Umfang von 3000 Kubikmetern gestattete ihm, sich zu beträchtlicher Höhe zu erheben. An den Tagen unserer Auffahrt war durch die große Septembermesse viel Volks in Frankfurt versammelt. Das Leuchtgas war mir in vorzüglicher Qualität und mit großer aufsteigender Kraft geliefert worden. Und gegen 11 Uhr morgens hatte ich den Ballon gefüllt. Natürlich nur zu drei Vierteln, da dies eine durchaus notwendige Vorsichtsmaßregel ist. In dem Maße, wie man steigt, nimmt nämlich die Dichtigkeit der atmosphärischen Luftschichten ab. Und so könnte das unter der Hülle des Luftschiffes eingeschlossene Fluidum die Wände des Ballons sprengen, wenn es an Elastizität gewinnt. Meine Berechnungen hatten genau die Gasmenge bestimmt, die notwendig war, um mich und meine Reisegefährten davonzutragen. Wir sollten um 12 Uhr aufbrechen und es gewährte einen prächtigen Anblick, wie die ungeduldige Menge sich an die Einfriedungen, die um den Ballon gezogen waren, drängte, den ganzen Platz überschwemmte, sich in den umliegenden Straßen auffielte und die Fenster sämtlicher Häuser, die auf dem Platz hinausgingen, vom Erdgeschoss bis zum Dach wurden, besetzte. Der starke Wind der letzten Tage hatte sich gelegt und eine drückende, wolkenlose Hitze herrschte in der Atmosphäre. Nicht ein Hauch belebte die Luft. Bei solchem Wetter konnten wir an derselben Stelle wieder herabkommen, von der sich unser Ballon erhoben hatte. Ich nahm 300 Pfund Ballast, in Säcke verteilt, mit mir. Die ganze runde Gondel hatte vier Fuß im Durchmesser, drei Fuß Tiefe und war bequem eingerichtet. Das Hanfnetz, von dem sie getragen wurde, dehnte sich symmetrisch über die obere Hemisphäre des Luftschiffes aus. Der Kompass war an seinem Platz, das Barometer hing in dem Kreise, in welchem die Tragetaue zusammenliefen und der Anker wurde sorgfältig in Bereitschaft gehalten. Alles war zum Aufbruch fertig. Unter den Personen, die um die Barriere standen, bemerkte ich einen jungen Mann mit blassem Antlitz und aufgeregten Zügen. Es fiel mir auf, dass ich ihn hier sah, weil er schon bei meinen übrigen Luftfahrten in mehreren Städten Deutschlands ein sehr eifriger Zuschauer gewesen war. Er betrachtete mit einer gewissen unruhigen Gier meine interessante Maschine, die noch unbeweglich einige Fuß über dem Erdboden schwebte und verhielt sich unter all seinen Nachbarn vollkommen schweigend. Es schlug zwölf Uhr und somit war der Augenblick zum Aufsteigen gekommen. Meine Reisegefährten aber ließen sich nicht sehen. Ich sandte nach der Wohnung eines jeden und erfuhr, dass der eine nach Wien, der andere nach Hamburg und der dritte nach London abgereist sei. Der Mut hatte sie also noch im letzten Augenblick verlassen. Und doch war diese Exkursion, dank den Fortschritten, die die heutige Luftschifffahrt gemacht hat, vollständig gefahrlos, Da die Herren sich gesagt haben mochten, dass sie einen Teil des Festprogramms bildeten, war ihnen der angstvolle Gedanke gekommen, sie könnten gezwungen werden, wozu sie sich freiwillig erboten hatten, und so waren sie in demselben Moment, wo der Vorhang aufging, von dem Schauplatze geflohen. Ihr Mut stand augenscheinlich im umgekehrten Verhältnis zu dem Quadrat ihrer Geschwindigkeit, sich aus dem Staube zu machen. Die halbgetäuschte Menge ließ Unmut und üble Laune merken. Ich selbst war kein Augenblick darüber unschlüssig, dass ich nun allein aufbrechen wollte. Um das Gleichgewicht zwischen der spezifischen Schwere des Ballons und dem Gewicht, das befördert werden sollte, herzustellen, ersetzte ich meine Gefährten durch einige Sandsäcke und stieg in die Gondel. Die zwölf Mann, von denen das Luftschiff an zwölf im Äquatorialkreise befestigten Seilen gehalten wurde, ließen die Stricke etwas durch ihre Finger gleiten und der Ballon erhob sich um einige Fuß mehr. Nicht der leiseste Windhauch war zu spüren. Es schien, als ob die bleischwere Atmosphäre undurchdringlich sei. Ist alles klar? rief ich. Die Männer standen bereit. Ein letzter Blick gab mir die Gewissheit, dass ich aufbrechen konnte. Achtung! Eine Regung tat sich in der Menge kund. Man schien über die Einfriedigung hinausgehen zu wollen. Alles losgelassen! Der Ballon stieg langsam empor. Aber ich verspürte eine so heftige Erschütterung, dass ich mich nicht halten konnte und auf den Boden der Gondel niederstürzte. Als ich wieder aufgestanden war, sah ich einen Reisegefährten neben mir. Es war der blasse junge Mann. Genehmigen Sie meinen höflichsten Gruß, mein Herr, sagte er mit der größten Ruhe. Mit welchem Recht ich mich hier befinde? Nun, Sie sind jedenfalls nicht imstande, mich wieder fortzuschicken. Das ist recht genug. Ich war einigermaßen verdutzt. Dieser Gleichmut brachte mich für einen Augenblick außer Fassung und ich wusste nichts zu erwidern. Ich sah mir den Eindringling an. Er aber beachtete mein Staunen nicht weiter. Stört mein Gewicht das Gleichgewicht Ihres Ballons, mein Herr? Herr, gestatten Sie mir. Und ohne meine Zustimmung abzuwarten, entlastete er den Ballon um zwei Säcke, die er hinausschleuderte. Herr, sagte ich nun und fügte mich wohl oder übel in die Notwendigkeit. Sie sind in den Ballon gelangt. Gut, Sie sollen die Fahrt mitmachen. Gut, mir aber kommt die Leitung des Luftschiffes zu. Ihre Zuvorkommenheit ist echt französisch, mein Herr. Sie entstammt demselben Lande wie auch ich. Gestatten Sie, dass ich Ihnen moralisch die Hand drücke, da Sie mir dies in Wirklichkeit vorenthalten. Treffen Sie Ihre Maßregeln ganz, wie Sie es für gut finden. Ich werde warten, bis Sie fertig sind. Worauf? Um mit Ihnen zu plaudern. Das Barometer war auf 26 Zoll gefallen. Wir befanden uns demnach 600 Meter hoch über der Stadt. Aber nichts verriet die horizontale Verrückung des Ballons, da die Luftmasse, in der er eingeschlossen war, mit ihm ging. Leider hatte sich eine Art trüber Hitze über die Gegenstände zu unseren Füßen gelegt, sodass uns ihre Umrisse nur sehr unklar erschienen. Ich sah mir von Neuem meinen Gefährten an. Er war 30 Jahre alt und trug einfache Kleidung. Seine starken Züge deuteten auf unbezwingliche Energie und seine Muskulatur war sehr ausgebildet. Er stand regungslos, ganz von dem Staunen hingerissen, das ihm diese schweigende Auffahrt abnötigte. Er lehnte an dem Gondelrand und suchte die Gegenstände zu unterscheiden, die mehr und mehr in ein unbestimmtes Ensemble verschmolzen. Wie ärgerlich ist dieser Nebel, begann er nach einigen Minuten. Ich antwortete nicht. Ich sehe, Sie sind böse auf mich, fuhr er fort. Ich konnte die Reise nicht bezahlen und musste sowohl den Weg des Überfalls wählen. Es hat Sie niemand gebeten, jetzt herunterzusteigen, Herr. Und wissen Sie denn nicht, dass ganz dasselbe den Grafen von Laurinat und von Dampier begegnete, als sie am 15. Januar 1784 in Lyon aufstiegen? Ein junger Kaufmann mit Namen Fontin kletterte über die Galerie, und zwar mit großer Gefahr für die Maschine. Er hatte die Reise mitgemacht und niemand ist dabei verunglückt. Wenn wir wieder auf festem Boden sind, werden wir genug Zeit haben, uns auseinanderzusetzen, entgegnete ich durch seinen leichten Ton pikiert. Pah, denken wir jetzt noch nicht an die Rückkehr. So, glauben Sie nicht, dass ich bald herabsteigen werde? Herabsteigen, sagte er überrascht. Herabsteigen? Zunächst wollen wir doch höher hinaus. Und bevor ich dazwischen treten konnte, hatte er zwei Sandsäcke ergriffen und sie über den Gondelrand hinausgeschleudert, noch ehe sie ausgeleert waren. Herr, rief ich zornig aus. Ihre Geschicklichkeit ist mir sehr wohl bekannt, sagte langsam und bedächtig der Unbekannte. Ihre schönen Ballonfahrten haben allgemeines Aufsehen gemacht. Wenn man aber das Experiment die Schwester der Praxis nennt, so ist es auch einigermaßen mit der Theorie verwandt. Und ich habe lange Studien über die Kunst der Aerostatik gemacht. Das ist mir in den Kopf gestiegen, fügte er traurig hinzu und verfiel in tiefes Sinnen. Nachdem der Ballon noch einmal gestiegen war, blieb er jetzt stationär. Der Unbekannte sah nach dem Barometer und sagte, Der Theaterplatz gleicht jetzt einem ungeheuren Ameisenhaufen. Sehen Sie, wie die Menge sich nach dem Keis zieht und auf der Zeil vermindert. Jetzt sind wir über dem Dom. Der Main erscheint nur noch wie eine weißliche Linie und jene Brücke, die Mainbrücke, sieht aus wie ein Faden, der über den Fluss gespannt ist. Die Atmosphäre hatte sich etwas abgekühlt. Es gibt wirklich nichts, was ich für Sie, mein Herrn Wirt, nicht tun möchte. Wenn sie friert, bin ich bereit, meine Kleider auszuziehen und sie Ihnen zu leihen. Danke, antwortete ich trocken. Wir wollen jetzt aus der Not eine Tugend machen. Reichen Sie mir die Hand. Ich bin ein Landsmann von Ihnen und gedenke Sie mit meiner Unterhaltung für den Ärger, den ich Ihnen verursacht habe, zu entschädigen. Ich setzte mich, ohne irgendetwas auf seine Worte zu erwidern, am anderen Ende der Gondel nieder. Der junge Mann hatte inzwischen aus den weiten Taschen seines Überrocks ein umfangreiches Heft geholt. Es war eine Arbeit über die Erostatik. Ich besitze eine interessante Sammlung von Stahlstichen und Karikaturen, die in Bezug auf unsere lustige Liebhaberei gefertigt sind, hub er an. Wie ist diese wertvolle Entdeckung zugleich bewundert und verhöhnt worden? Glücklicherweise stehen wir nicht mehr in der Zeit, wo Männer wie Montgolfier mit Wasserdampf künstliche Wolken herstellten und Gas aus der Verbrennung feuchten Strohs und zersetzter Wolle zu erzeugen suchten. Wollen Sie vielleicht das Verdienst der Erfinder verringern? Fragte ich. Denn ich hatte unterdessen beschlossen, mir das Abenteuer zunutze zu machen. Es war doch immerhin Großes, die Möglichkeit, sich in die Lüfte zu schwingen, mit einem Versuch dazutun. Wer wollte denn den Ruhm der ersten Luftschiffe in Abrede stellen, mein Herr? Es dokumentierte sich ein ungeheurer Mut darin, mittels so gebrechlicher Hüllen, die nur erwärmte Luft enthielten, emporzusteigen. Aber ich frage Sie, hat die Aerostatik seit den Aufsteigungen Blanchants, das heißt seit beinahe einem Jahrhundert, große Fortschritte gemacht? Sehen Sie, mein Herr. Und der Unbekannte zog einen Kupferstich aus seiner Sammlung hervor. Hier ist die erste von Pilatre de Rossier und dem Marquis d'Alain unternommene Luftreise abgebildet, nur vier Monate nachdem die Ballons erfunden waren. Ludwig XVI. hatte seine Erlaubnis zu dieser Reise verweigert und nur gestattet, dass zwei zum Tode verurteilte, die Luftbahnen beschritten. Pilatre de Rossier war empört über diese Ungerechtigkeit und brachte es durch viele Intrigen endlich dahin, die Reise selbst mitmachen zu dürfen. Man hatte damals die Gondel, durch die das Manöver so sehr erleichtert wird, noch nicht erfunden. Nur eine kreisförmige Galerie lief rund um den unten verengten Teil der Montgolfière. Die beiden Aeronauten mussten sich also bewegungslos am Ende der Galerie halten, denn durch das feuchte Stroh, womit man dieselbe gefüllt hatte, war ihnen jede Bewegung untersagt. Über der Mündung des Ballons hing ein Kohlenbecken mit Feuer und wenn die Reisenden steigen wollten, mussten sie, auf die Gefahr hin, ihre Maschine in Brand zu stecken, Stroh auf diesen Feuerherd werfen. Dann gab die mehr erwärmte Luft dem Ballon neue aufsteigende Kraft. Die beiden kühnen Luftschiffer brachten am 21. November 1783 von den Gärten zu La Mouette, die der Dauphin ihnen zur Disposition gestellt hatte, auf. Das Schiff hob sich majestätisch, fuhr an der Ile des Signes entlang, setzte an der Barrière de la Conférence über die Seine und näherte sich zwischen dem Invalidendom und der Kriegsschule hinaussteuernd, dem Saint-Sulpice. Nun verstärkten die Aeronauten das Feuer, überschritten den Boulevard und stiegen jenseits der Barrière d'Aufin wieder herab. Als der Ballon den Erdboden berührte, sank er in sich zusammen und begrub Pilatre de Rossier für einige Augenblicke unter seinen Falten. Böse Vorbedeutung, rief ich, denn diese Einzelheiten waren für mich von großem Interesse gewesen. Die Vorbedeutung einer Katastrophe, die dem Unglücklichen späterhin das Leben kosten sollte. fügte der Unbekannte in trübem Tone hinzu. Haben Sie nie etwas davon erfahren? Niemals! Pff, das Unglück kommt auch ohne Vorbedeutungen, meinte der Reisegefährte und versank wieder in seinen Sinnen. Wir waren unterdessen weiter nach Süden vorgerückt. Frankfurt war bereits unter unseren Füßen entflohen. Vielleicht bekommen wir einen Sturm, nahm der junge Mann seine Rede wieder auf. Wir werden zuvor herabsteigen, versetzte ich. Das wäre, lassen Sie uns lieber emporsteigen, auf diese Weise werden wir ihm sicherer entgehen. Und noch zwei andere Sandsäcke verschwanden im Raum unter uns. Der Ballon stieg mit enormer Schnelligkeit und blieb 1200 Meter hoch stehen. Es wurde ziemlich kalt. Und dabei fielen die Sonnenstrahlen noch auf die Hülle, dehnten das darin befindliche Gas aus und gaben ihm eine größere, aufsteigende Kraft. Fürchten Sie nichts, wandte sich der Unbekannte an mich. Wir haben 3500 Häusen, atmungsfähige Luft. Im Übrigen kümmern Sie sich nicht um das, was ich tue. Ich wollte aufspringen, aber eine kräftige Hand hielt mich auf meiner Bank zurück. Ihr Name, rief ich. Mein Name. Was kann Ihnen an meinem Namen liegen? Ich frage Sie nach Ihrem Namen. Nennen Sie mich Erostratus oder Empedokles, wie Sie wollen. Die Antwort war nichts weniger als beruhigend. Der Unbekannte sprach übrigens mit eigentümlicher Kaltblütigkeit, sodass ich mich nicht ohne Unruhe fragte, wer er sein mochte. Mein Herr, fuhr er nach einer kleinen Pause fort. Man hat seit dem Physiker Charles nichts Neues erdacht. Vier Monate nach Entdeckung der Aerostatik erfand dieser geschickte Mann die Klappe, durch die das Gas entweichen kann, wenn der Ballon zu voll ist. Oder wenn man tiefer steigen will. So dann verdanken wir ihm die Gondel, welche die Manöver der Maschine erleichtert. Das Netz, von dem der Ballon umspannt wird. Und das die Last auf seine ganze Oberfläche verteilt. Den Ballast, durch den wir beliebig steigen und landen können. Den Kautschuküberzug, der das Gewebe wasserdicht macht. Und endlich das Barometer, das die erreichte Höhe angibt. Außerdem brachte Charles Hydrogen in Anwendung, das 14 Mal leichter ist als Luft. Und mit Hilfe dessen man in die höchsten atmosphärischen Schichten gelangen kann, ohne der Gefahr einer Feuersbrunst ausgesetzt zu sein. Am 1. Dezember 1783 drängten sich 300.000 Zuschauer um die Tolerien. Charles stieg empor und die Soldaten präsentierten vor ihm das Gewehr. Er machte neun französische Meilen in der Luft und lenkte seinen Ballon mit einer Geschicklichkeit, wie sie von den jetzigen Aeronauten noch nicht übertroffen ist. Der König setzte ihm hierauf eine Pension von 2000 Livre aus, denn damals wurden neue Erfindungen noch ermutigt. Es schien mir, als sei der Unbekannte von einer gewissen Aufregung ergriffen. Mein Herr, nahm er den Faden seiner Rede wieder auf, Ich bin durch meine Studien hinlänglich davon überzeugt worden, dass die ersten Aeronauten ihre Balance mit einem Steuer lenkten. Von Blanchard zu schweigen, dessen Behauptungen in Zweifel gezogen werden können, wusste doch Gouton Morveau, mit Hilfe der Ruder und des Steuers, seiner Maschine merkliche Bewegungen und eine bestimmte Richtung mitzuteilen. Letzthin hat ein Pariser Uhrmacher, Herr Julien, auf dem Hippodrom überzeugende Versuche in dieser Beziehung angestellt, denn dank eines eigentümlichen Mechanismus kehrt sich sein länglich gestalteter Ballon entschieden gegen den Wind. Herr Patin ist darauf gekommen, vier Hydrogen-Ballons aneinanderzusetzen und hofft mittels horizontal gestellter und teilweise zusammengefalteter Segel einen Gleichgewichtsbruch zu erzielen, der den Apparat nach der Seite neigt und ihm einen schrägen Flug verleiht. Man spricht wohl von Motoren, die den Widerstand der Strömungen brechen sollen, zum Beispiel der Schraube, aber da diese sich in einem leicht nachgebenden Medium bewegt, wird sie kein Resultat liefern. Ich, mein Herr, bin bis jetzt der Einzige, der Mittel und Wege entdeckt hat, durch das die Ballons gelenkt werden können. Aber nicht eine einzige Stadt hat meine Subskriptionslisten gefüllt, nicht eine einzige Regierung hat auf mich hören wollen. Es ist schändlich. Der Unbekannte erging sich in so heftigen Gestikulationen, dass die Gondel gewaltsame Schwankungen erfuhr. Ich hatte Mühe, ihn wieder zu beschwichtigen. Inzwischen war der Ballon in eine raschere Strömung gekommen und wir rückten in einer Höhe von 1500 Metern gegen Süden vor. Dort ist Darmstadt, rief mein Begleiter und bog sich über den Rand der Gondel. Können Sie das Schloss sehen? Ganz undeutlich, nicht wahr? Bei dieser Gewitterschwüle scheinen die Gegenstände dort unten hin und her zu schwanken und man muss ein gutes Auge haben, um die Örtlichkeit genau zu erkennen. Sind Sie sicher, dass das Darmstadt ist? fragte ich. Gewiss, erwiderte er. Wir befinden uns jetzt sechs Stunden von Frankfurt. Dann müssen wir herablassen. Herablassen? Soll der Ballon etwa an einem Kirchturm hängen bleiben? fragte der Unbekannte mit höhnischem Lächeln. Nein, ich werde einen Punkt in der Umgebung der Stadt wählen, erwiderte ich. Gehen wir den Kirchtürmen so viel wie möglich aus dem Wege. Mit diesen Worten griff mein Reisegefährte abermals nach den Ballastdecken. Ich stürzte auf ihn zu, aber er warf mich mit einer Hand zu Boden und der erleichterte Ballon stieg auf eine Höhe von 2000 Metern. Seien Sie ganz ruhig, rief er, und bedenken Sie, dass Brioski, Biot, Gailusak, Bixio und Baral ihre wissenschaftlichen Versuche in noch beträchtlicheren Höhen gemacht haben. Mein Herr, wir müssen jetzt hinabsteigen, sagte ich und versuchte ihn mit Güte zu bewegen. Das Gewitter zieht sich um uns zusammen. Wir würden unklug handeln. Wir gehen hoch darüber hinaus und kümmern uns nicht weiter darum, rief mein Begleiter. Was kann es Schöneres geben, als diese Wolken zu beherrschen, die die Erde zu erdrücken scheinen? Ist es nicht ehrenvoll, so durch die Flut der Luft zu schiffen? Die bedeutendsten Leute sind gereist wie wir jetzt. Die Marquise und die Gräfin von Montalaubert, die Gräfin von Podenas, Fräulein Lagarde, der Marquis von Montalaubert, sind von der Vorstadt San Antoine in diese unbekannten Regionen gereist. Und der Herzog von Chatre hat bei seiner Ascension am 15. Juli 1784 große Geschicklichkeit und Geistesgegenwart bewiesen. In Lyon haben die Grafen von Laurent Saint und Dampierre, in Nantes Herr von Luyne, in Bordeaux Darbellé de Grange, in Italien der Ritter Andriani, in unseren Tagen der Herzog von Braunschweig, die Spuren ihres Ruhms in den Lüften hinterlassen. Um es diesen bedeutenden Persönlichkeiten zuvor zu tun, muss man höher als sie in die Himmelsregionen vordringen. Sich dem Unendlichen nähern, heißt so viel wie die Unendlichkeit begreifen. Die zunehmende Verdünnung der Luft dehnte das Wasserstoffgas des Ballons beträchtlich aus und ich sah, wie sein unterer, mit Absicht leer gelassener Teil anschwoll, sodass das Öffnen der Klappe notwendig wurde. Da mein Begleiter nicht geneigt schien, mich nach meiner Weise manövrieren zu lassen, so beschloss ich, heimlich das Seil der Klappe zu ziehen, während er lebhaft sprach und gestikulierte. Ich fürchtete zu erraten, mit wem ich es zu tun hatte. Doch nein, es wäre zu entsetzlich gewesen, wenn sich meine Vermutung bestätigte. Wir hatten jetzt drei Viertel auf ein Uhr und waren genau vor 40 Minuten in Frankfurt aufgestiegen. Von der Südseite her schwebten gegen den Wind dichte Wolken auf uns zu. Haben sie alle Hoffnung aufgegeben, ihren Kombinationen zum Siege zu verhelfen, fragte ich mit sehr eigennützigem Interesse. Vollständig, erwiderte dumpf der Unbekannte. Von abschlägigen Antworten und Karikaturen aufs Tiefste verletzt, habe ich mich endlich zurückgezogen. Esels Fußtritte sind die heutzutage allen neuerem vorbehaltene Strafe. Wollen Sie sich gefälligst diese Karikaturenzeichnungen aus verschiedenen Zeiten ansehen, mit denen meine Brieftasche geschmickt ist? Während mein Gefährte seine Papiere durchblätterte, hatte ich, ohne dass er es bemerkte, das Seil der Klappe ergriffen. Ich fürchtete jedoch, dass er auf jenes wasserfallähnliche Pfeifen aufmerksam werden würde, das beim Entweichen des Gases entsteht. Wie viele Späße sind allein schon über den Abt Miola gemacht worden, fuhr der Unbekannte fort. Er sollte mit Janinet und Bradin aufsteigen. Während der Operation aber wurde ihre Montgolfière vom Feuer ergriffen und von dem unwissenden Pöbel in Stücke zerrissen. Dann erhielten sie in der Karikatur die Namen der merkwürdigen Pierre Miolland, Jominy und Bradin. Ich zog das Seil der Klappe und das Barometer begann wieder zu steigen. Es war hohe Zeit, in der Ferne, südlich von uns, gerollte bereits der Donner. Betrachten Sie bitte diesen anderen Stahlstich, sagte mein Reisegefährte, ohne von meinem Manöver Notiz zu nehmen. Es ist ein ungeheurer Ballon, der ein Schiff, feste Schlösser, Häuser und so weiter mit sich fortführt. Die Karikaturenzeichner haben es sich nicht träumen lassen, dass ihre Albernheiten dereinst zur Wahrheit werden würden. Das Schiff ist vollständig. Sehen Sie zur Linken sein Steuer, nebst Logis der Steuerleute. Am Vorderteil Lusthäuser und riesenhafte Geschütze, um die Aufmerksamkeit der Erdenbewohner oder des Mondes zu erregen. Über dem Hinterteil das Observatorium und die Ballonschaluppe. Im Äquatorialkreise das Logis der Mannschaft. Zur Linken die Schiffslaterne, dann die oberen Galerien für die Spaziergänger, die Segel, die kleinen Flügel. Unten die Cafés und das Hauptmagazin für die Lebensmittel. Bewundern Sie einmal diese brillante Annonce. Dieser Globus, der zum Teil des Menschengeschlechts erfunden ist, wird sofort nach den Stapelplätzen der Levante abgehen und nach seiner Rückkehr von dort seiner Reisen nach den beiden Polen und nach dem äußersten Westen ins Werk setzen. Man hat sich um nichts zu kümmern. Für alles sind Vorkehrungen getroffen und alles wird gut gehen. Für die Stationen wird ein genauer Tarif festgesetzt werden, aber die Preise werden für jede Entfernung die gleichen sein. Nämlich 1000 Louis-Dur für jede beliebige der erwähnten Reisen. In Anbetracht der Schnelligkeit, Bequemlichkeit und aller Annehmlichkeiten, deren man sich in besagter Anstalt zu erfreuen hat, darf man wohl sagen, dass dieser Preis ein sehr mäßiger ist. Ein jeder trifft dort an, was ihm genehm ist. Die einen können zur Kapelle kommen, die anderen auf den Ball. Diese werden fasten, jene vortrefflich schmausen. Wer eine geistreiche Unterhaltung liebt, findet Leute, mit denen er plaudern und diskutieren kann. Und auch der Dummkopf soll seinesgleichen nicht vermissen. So wird die Seele der lustigen Gesellschaft das Vergnügen sein. Alle diese Erfindungen haben Anlass zum Lachen gegeben, aber wenn meine Tage nicht gezählt wären, würde man binnen Kurzem sehen, dass diese in die Luft gebauten Pläne sich in Wirklichkeit umgestalten können. Wir stiegen bedeutend herab, er aber bemerkte es nicht. Sehen Sie noch diese Art von Ballonspielen, begann er von Neum, indem er einige Kupferstiche seiner reichhaltigen Sammlung von mir ausbreitete, etc. Dies Spiel enthält die ganze Geschichte der Aerostatik. Es ist in gebildeten Kreisen sehr beliebt und wird mit Würfeln und Marken gespielt, über deren Wert man sich vorher geeinigt hat. Die Spielenden bezahlen oder erhalten eine Anzahl Marken, je nachdem Felde, zu dem sie kommen. Nun, versetzte ich, sie scheinen die Wissenschaft der Luftfahrt gründlich studiert zu haben. Das habe ich allerdings, mein Herr. Seit Phaeton, Icarus, Akitas habe ich alles untersucht, alles nachgelesen, mich über alles unterrichtet. Wenn Gott mir das Leben schenkte, würde die Aerostatik durch mich der Welt große Dienste leisten können. Aber das wird nicht der Fall sein. Und weshalb nicht? Weil ich Empedokles oder Aerostratus heiße. Inzwischen hatte sich der Ballon glücklich der Erde genähert. Wenn man jedoch herabsteigt, ist die Gefahr gleich groß, ob man 5000 oder nur 100 Fuß von der Erde entfernt ist. Erinnern Sie sich der Schlacht bei Fleuris? Fuhr mein Begleiter fort und seine Züge belebten sich mehr und mehr. Für diesen Kampf organisierte Kutay auf Befehl der Regierung eine Kompanie von Luftschiffern. Bei der Belagerung von Maubeuge schöpfte der General Jodin so große Vorteile aus dieser neuen Beobachtungsweise, dass Kutay sich täglich zweimal mit dem General in die Lüfte erhob. Die Korrespondenz zwischen dem Aeronauten und den Leuten, die den Ballon festhielten, wurde mittels kleiner, weißer, roter und gelber Fähnchen bewirkt. Ost feuerte man Kanonen und Flintenschüsse auf den Ballon ab, wenn er emporstieg, jedoch immer ohne Erfolg. Als Jourdain sich anschickte, Charleroi zu belagern, begab sich Kutay in die Nähe der Festung, stieg von der Ebene von Jumé auf und blieb sieben bis acht Stunden mit dem General Morleau auf dem Observationsposten, was jedenfalls viel dazu beitrug, uns bei Fleuris den Sieg zu verschaffen. Auch proklamierte General Jodin laut, welche Hilfe ihm die aeronautischen Beobachtungen gewährt hätten. Nun, trotz aller Dienste, die bei dieser Gelegenheit und während des belgischen Feldzuges die Luftschifffahrt leistete, endigte ihre militärische Laufbahn noch in demselben Jahre, da sie begonnen. Und die von der Regierung gegründete Schule zu Meudon wurde von Bonaparte geschlossen, als er aus Ägypten zurückkehrte. Was hätte alles aus diesem eben erstgeborenen Kinde werden können, hat damals Franklin geäußert. Es hätte nicht erstickt werden dürfen. Der Unbekannte bedeckte sein Antlitz mit beiden Händen und sah einige Augenblicke nach. Dann sagte er, ohne den Kopf nach mir zu wenden, Sie haben die Klappe geöffnet, mein Herr, trotzdem ich es Ihnen verboten hatte. Ich ließ das Seil fahren. Glücklicherweise haben wir noch 300 Pfund Ballast, bemerkte er. Welche Pläne haben Sie noch? fragte ich nunmehr. Sind Sie noch nie über See gefahren? gab er mir als Antwort zurück. Ich fühlte, wie ich erbleichte. Es ist verdrießlich, dass wir nach dem Adriatischen Meere hingetrieben werden, fügte er hinzu. Das ist nur ein Bach. Vielleicht finden wir aber weiterhin andere Luftströmungen. Und ohne mich auch nur mit einem Blick zu befragen, entlastete er den Ballon um mehrere Sandsäcke. Dann rief er mit drohnender Stimme, ich habe zugelassen, dass Sie die Klappe öffneten, weil die Ausdehnung des Gases den Ballon zu sprengen drohte. Versuchen Sie dergleichen aber nicht noch einmal. Dann nahm er seinen Vortrag wieder auf. Sie kennen zweifelsohne die von Blanchard und Jeffreys ausgeführte Überfahrt von Dover nach Calais. Herrlich! Ihr Ballon wurde am 7. Januar 1785 bei Nordwestwind auf der Küste von Dover mit Gas geschwellt. Ein Fehler im Gleichgewicht zwang, sie bald nach dem Aufsteigen ihren Ballast bis auf 30 Pfund auszuwerfen, wenn sie nämlich nicht zurückfallen wollten. Dies war entschieden zu wenig. Und da der Wind nicht sehr frisch war, rückten sie nur sehr langsam nach der französischen Küste vor. Außerdem wurde der Ballon allmählich durch die Undichtigkeit seines Gewebes schlaff. Und so merkten die Reisenden bereits nach anderthalb Stunden, dass er fiel. Was sollen wir machen? fragte Jeffreys. Wir haben erst den vierten Teil unseres Weges zurückgelegt und sind in sehr geringer Höhe, meinte Blanchard. Vielleicht treffen wir einen günstigeren Wind an, wenn wir steigen. So wollen wir auswerfen, was uns noch an Ballast geblieben ist. Der Ballon gewann durch diese Operation an aufsteigender Kraft, begann aber alsbald wieder zu fallen. Als die Aeronauten die Hälfte ihres Weges hinter sich hatten, mussten sie ihre Bücher und Werkzeuge über Bord werfen. Eine Viertelstunde später fragte Blanchard nach dem Stande des Barometers. Er steigt. Wir sind verloren. Und doch liegt die französische Küste vor unseren Augen. Ein lautes Geräusch ließ sich vernehmen. Ist der Ballon zerrissen? fragte Jeffreys. Nein, aber der Verlust des Gases hat seinen unteren Teil erschlafft. Wir fallen immer mehr. Wir sind unrettbar verloren. Herunter mit allen unnötigen Dingen. Der Mundvorrat, die Ruder und das Steuer wurden ins Meer geworfen. Die Aeronauten schwebten nur noch etwa 100 Meter hoch über dem Wasserspiegel. Wir steigen wieder, sagte der Doktor. Nein, dieser Aufschwung wird nur durch die Gewichtsveränderung hervorgebracht und nicht ein einziges Schiff in Sicht, nicht die kleinste Barke am Horizont zu sehen. Werfen wir unsere Kleider in das Meer. Die Unglücklichen führten auch dies aus, aber der Ballon sank unaufhaltsam. Blanchard schlug nun Jeffreys vor. Sie sollten die Fahrt allein antreten und haben nur auf mein Bitten eingewilligt, die Reise mit mir zu machen. Ich werde mich ins Wasser stürzen und der erleichterte Ballon kann dann wieder steigen. Nein, nein, das wäre zu schrecklich. Der Ballon wurde schlaffer und schlaffer. Seine Wölbung glich einem Fallschirm, drängte das Gas an die Wände und beschleunigte so sein Entweichen. Leben Sie wohl, mein Freund. Gott erhalte Sie, sagte der Doktor und wandte sich, um ins Meer hinabzuspringen. Aber Blanchard hielt ihn zurück. Warten Sie, es bleibt uns noch ein Auskunftsmittel, rief er. Wir können die Tauer abhauen, von denen die Gondel gehalten wird, und uns an das Netz klammern. Vielleicht erhält der Ballon schon dadurch die notwendige aufsteigende Kraft. Halten Sie sich bereit. Ah, das Barometer fällt. Der Wind wird frischer. Wir steigen. Rettung. Rettung. Die Reisenden sahen Calais auftauchen. Ihre Freude grenzte fast an Wahnsinn. Wenige Augenblicke später ließen sie sich in dem Walde nahe bei Gönes zur Erde nieder. Ich darf wohl mit Bestimmtheit annehmen, fügte der Unbekannte hinzu, dass sie sich unter ähnlichen Verhältnissen nach dem Beispiel des Doktors Jeffreys richten würden. Die Wolken entrollten sich unter unseren Augen in blendender Masse. Der Ballon warf seinen Schatten darauf und wurde gleichsam in eine Strahlenkrone gehüllt. Der Donner grollte unter der Gondel. Es war furchtbar. Wir müssen hinabsteigen, rief ich. Hinabsteigen? Wenn dort die Sonne auf uns wartet? Hinunter mit den Säcken! Und der Ballon war abermals um 50 Pfund leichter geworden. In einer Höhe von 3500 Metern blieben wir stationär. Der Unbekannte sprach fortwährend und schien vollständig in seinem Element zu sein, während ich mich in einem Zustande größter Anspannung befand. Bei gutem Winde würden wir sehr weit fliegen können, rief er. Auf den Antillen gibt es Luftströmungen, die 100 Meilen pro Stunde zurückliegen. Zur Zeit der Krönung Napoleons ließ Garnarin um 11 Uhr abends einen erleuchteten, mit farbigen Gläsern versehenen Ballon steigen. Der Wind wehte aus Nord-Nordwest und am folgenden Morgen sahen die Einwohner Roms, den Erostaten, über dem Dom des Heiligen Peters schweben. Wir werden noch weiter kommen. Und höher. Ich hörte kaum, was er sagte. Alles summte um mich herum. In den Wolken entstand jetzt ein Riss. Sehen Sie diese Stadt, sagte der Unbekannte. Es ist Speyer. Ich neigte mich über den Gondelrand und bemerkte einen kleinen, schwärzlichen Fleck. Das war Speyer. Der breite Rheinstrom glich einem aufgerollten Bande. Über uns strahlte der Himmel in schönstem Azurblau. Die Vögel hatten uns seit langer Zeit verlassen, denn in dieser verdünnten Luft wäre ihr Flug unmöglich gewesen. Ich war mit diesem Unbekannten allein im Weltenraum. Es ist unnötig für Sie zu wissen, wohin ich unseren Ballon führen will, sagte er und schleuderte den Kompass in die Wolken. Ach, es muss herrlich sein zu fallen. Die Luftschifffahrt zählt bekanntlich von Pilatre de Rosier bis auf den Leutnant Gall nur wenige Opfer. Und diese Unglücksfälle entstanden regelmäßig durch Unvorsichtigkeit. Pilatre de Rosier brach am 13. Juni 1785 mit Romain von Bologna auf. Er hatte an seinem mit Gas gefüllten Ballon eine Montgolfier mit erwärmter Luft aufgehängt. Wahrscheinlich, um nicht Gas verlieren oder Ballast auswerfen zu dürfen. Diese Einrichtung war etwa ebenso tollkühn, als wenn man ein Kohlenbecken unter einer Pulvertonne anbringen wollte. Die Unvorsichtigen kamen 400 Meter hoch und wurden von widrigen Winden erfasst, die sie aufs offene Meer jagten. Pilatre wollte jetzt, um den Fall herbeizuführen, die Klappe des Erostaten öffnen. Aber das Seil hatte sich in den Ballon verhakt und zerriss ihn arg und so plötzlich, dass er in einem Augenblick geleert wurde. Er fiel auf die Montgolfier, brachte sie ins Drehen und riss die Unglücklichen herunter. Sie waren in wenigen Sekunden zerschellt. Es ist schrecklich, nicht wahr? Ich konnte nur die Worte erwidern, ums Himmels Willen steigen wir herab. Die Wolken drängten sich von allen Seiten um uns zusammen und furchtbare Detonationen, die in der Wölbung des Erostaten wiederhalten, krachten um uns. Sie werden es so weit treiben, dass ich ungeduldig werde, rief mein Reisegefährte. Ich lasse sie von nun an nicht mehr wissen, wann wir steigen oder fallen und das Barometer nebst mehreren Sandsäcken wurde dem Kompass nachgeschleudert. Wir mussten jetzt 5000 Meter hoch sein, an den Wänden der Gondel hafteten bereits einige Eisstücke, Schnee fiel auf uns nieder und erkältete mich bis aufs Mark und doch donnerte ein starkes Gewitter tief unter uns. Fürchten sie nichts, redete mir der Unbekannte zu, nur Unvorsichtige kommen auf Luftreisen um. Olivari zum Beispiel, der in Oléon verunglückte, stieg in einer Montgolfière von Papier empor. Natürlich wurde seine Gondel, die unter dem Kohlenbecken hing und mit brennbaren Stoffen angefüllt war, ein Raub der Flammen. Olivari stürzte und fand seinen Tod. Mossement erhob sich in Lille und zwar auf einer leichten Scheibe. Infolge einer kleinen Schwankung fiel er auf den Erdboden herab und fand seinen Tod. Bittorf in Mannheim sah, wie sein aus Papier gefertigter Ballon in der Luft Feuer fing. Bittorf fiel und fand seinen Tod. Harris stieg in einen schlecht konstruierten Ballon auf. Die Klappe war viel zu groß und ließ sich nicht nicht wieder schließen. Harris stürzte herab und fand seinen Tod. Settler war durch eine sehr lange Fahrt all seines Ballasts beraubt worden. Die Strömung riss ihn über Boston hinweg und schleuderte ihn an die Schornsteine. So fiel auch er und fand seinen Tod. Koking wollte mit einem Fallschirm, den er als eine Vervollkommnung ausgab, herabsteigen. Derselbe überschlug sich jedoch und Koking fand seinen Tod. Ich habe mich immer für diese Opfer der Unvorsichtigkeit interessiert. Ich liebe sie und will sterben, wie sie gestorben sind. Höher, höher. Ich sah alle Schreckbilder dieses Nekrologs vor meinem Auge vorüberziehen. Die Verdünnung der Luft und die Sonnenstrahlen beförderten die Ausdehnung des Gases und so stieg der Ballon noch immer. Ich ergriff mechanisch das Seil, um die Klappe zu öffnen, aber der Unbekannte sprang hinzu und hieb es einige Fuß über meinem Haupte durch. Ich war verloren. Haben haben Sie mit angesehen, wie Madame Blochard fiel? fragte er nun. Ich war zugegen und beobachtete alles mit diesen, meinen eigenen Augen. Madame Blochard stieg am 6. Juli 1819 in Tivoli auf, und zwar aus Sparsamkeit in einem sehr kleinen Ballon, den sie seines geringen Umfangs wegen bis oben hin füllen musste. Auch strich das Gas durch den unteren Ansatz und ließ einen förmlichen Streifen von Hydrogen hinter sich zurück. Madame Blochard hatte eine Art künstliche Strahlenkrone, die an einem Eisendraht unter ihrem Ballon hing, mitgenommen, um sie unterwegs in Brand zu stecken. Sie hatte dieses Experiment bereits zu verschiedenen Malen ausgeführt. Außerdem war sie an dem genannten Tage noch mit einem kleinen Fallschirm versehen, der eine Kugel mit Feuerwerk und Silberregen trug. Madame Blochard sollte diesen Apparat mit einer Feuerlanze, die eigens zu diesem Zweck gefertigt war, anzünden und sie dann fortschleudern. Die Dame stieg in finsterer Nacht empor, aber als sie ihr Feuerwerk in Brand stecken wollte, beging sie die Unvorsichtigkeit, die Feuerlanze unter der Hydrogensäule, die aus dem Ballon entwich, vorbeizuführen. Ich hielt meine Blicke fest auf sie gerichtet und sah, wie plötzlich ein unerwarteter Lichtschein die Finsternis erhellte. Zuerst vermutete ich eine Überraschung der geschickten Aeronauten. Der Schein vergrößerte sich, verschwand dann und zeigte sich plötzlich wieder in Gestalt eines ungeheuren brennenden Gasstrahles an der Spitze des Luftschiffes. Die unheilkündende Flamme warf ihren Schein auf den Boulevard und das ganze Viertel des Montmartre. Ich sah, wie die unglückliche Frau sich erhob und zweimal versuchte, den Ansatz des Ballons zusammenzudrücken, um das Feuer zu löschen. Als sie sah, dass dies ohne Erfolg blieb, suchte sie ihr Absteigen zu lenken, denn sie fiel nicht. Die Gasverbrennung dauerte mehrere Minuten, Ballon immer mehr zusammenschrumpfte und langsam sank. Der Wind wehte aus Nordwest und warf das Luftschiff nach Paris zurück. In der Rue de Provence, neben dem Hause Nummer 16, befanden sich damals große Gärten und die Aeronauten hätte ohne Gefahr herabsinken können. Das Verhängnis wollte es anders. Ballon und Gondel kamen auf das Dach des Hauses herunter, aber der Stoß war unbedeutend. Zu Hilfe, rief die Unglückliche. In diesem Augenblick gelangte ich auf die Straße und sah, wie die Gondel auf dem Dach entlang blitt und an eine eiserne Krampe stieß. Durch diese Erschütterung wurde Madame Blanchard aus ihrer Gondel auf das Straßenpflaster hinabgeschleudert und fand ihren Tod. Diese Erzählungen hat mein Blut vor Schauder erstarren lassen. Der Unbekannte stand barhäuptig, mit gesträubtem Haar und wirrblickenden Augen vor mir. Es war keine Täuschung mehr möglich. Ich hatte es mit einem Wahnsinnigen zu tun. Er warf jetzt noch den übrigen Ballast fort und wir schwebten in einer Höhe von mindestens 9000 Metern. Das Blut drang mir aus Mund und Nase. Was gibt es Herrlicheres, als sich zu den Märtyrern der Wissenschaft zählen zu dürfen, rief der Wahnsinnige. Sie werden von der Nachwelt heilig gesprochen. Ich sah und hörte auf nichts mehr, aber der Unbekannte kniete neben mir nieder und sprach unmittelbar an meinem Ohr weiter. Ist Ihnen die Katastrophe von Herrn Zambikari bekannt? Merken Sie wohl auf, am 7. Oktober schien das Wetter etwas besser zu werden, während all der vorhergehenden Tage hatte es gestürmt und geregnet, sodass die von Zambikari angekündigte Ascension nicht hatte stattfinden können. Nun jedoch konnte er die Luftreise nicht länger aufschieben. Seine Feinde fingen bereits an, ihn zu verspotten und er musste sich und die Wissenschaft jetzt wohl oder übel von dem Fluch der Lächerlichkeit retten. Er befand sich in Bologna. Niemand stand ihm bei der Füllung seines Ballons bei. Um Mitternacht stieg er, von Andreoli und Grossetti begleitet, empor. Der Ballon erhob sich langsam, denn er war vom Regen durchweicht und beschädigt und das Gas entwich schon jetzt. Die drei kühnen Reisenden konnten nur mit einer Blendlaterne ihr Barometer beobachten. Zambikari hatte seit 24 Stunden nichts gegessen und auch Grossetti war nüchtern. Der Frost schüttelt mich, sagte Zambikari. Ich bin erschöpft und werde sterben. Er sank bewusstlos an der Galerie nieder. Grossetti erging es ebenso. Andreoli allein blieb wach. Nach wiederholten Bemühungen gelang es ihm, Zambikari aus seiner Betäubung aufzurütteln. Was gibt es? Wohin fahren wir? Woher kommt der Wind? Wie viel Uhr ist es? Es ist zwei Uhr. Wo ist der Kompass? Gott im Himmel. Das Licht in der Laterne erlischt. Es kann in dieser so sehr verdünnten Luft nicht mehr brennen, erklärte Zambikari. Der Mond war noch nicht aufgegangen und es herrschte eine undurchdringliche Finsternis. Mich friert, mich friert. Andreoli, was sollen wir beginnen? Die Unglücklichen durchschifften langsam eine Schicht weißlicher Wolken. Still, sagte Andreoli. Hörst du nichts? Ich meine ein sonderbares Geräusch zu vernehmen. Du irrst dich. Nein! Sehen sie hier die Reisenden, wie sie mitten in der Nacht auf das unbegreifliche Geräusch lauschen? Sie wissen nicht, ob sie im nächsten Augenblick an einen Turm stoßen oder auf Dächer hinunterstürzen werden. Hörst du es jetzt? Es klingt wie Meeresbrausen. Unmöglich! Und doch, es ist das Rauschen der Wogen. Gewiss und wahrhaftig. Licht! Licht! Nach fünf fruchtlosen Versuchen gelang es endlich Andreoli, Licht anzuzünden. Es war jetzt um drei Uhr. Das Geräusch der Wogen ließ sich aus immer größerer Nähe immer gewaltiger vernehmen. Das Luftschiff streifte fast an der Oberfläche des Meeres hin. Wir sind verloren! schrie Zambikari und griff nach einem schweren Sack mit Ballast. Zu Hilfe! rief Andreoli. Die Gondel berührte das Wasser und die Flut stieg den Reisenden bis an die Brust. Ins Meer mit den Instrumenten, die Kleider, das Geld, ins Meer! Die Aeronauten entblößten sich vollständig und der Ballon hob sich nun mit rasender Schnelligkeit. Zambikari bekam arges Erbrechen und Grossetti blutete heftig. Die Armen konnten kein Wort hervorbringen, so kurz war ihr Atem. Es fror und in wenigen Minuten waren die Armen mit einer Eiskruste bedeckt. Der Mond schien rot wie Blut. Nachdem die Maschine eine halbe Stunde lang diese hohen Regionen durchstreift hatte, fiel sie um vier Uhr morgens wieder ins Meer zurück. Die Schiffbrüchigen standen bis zur Hälfte ihres Körpers im Wasser und der Ballon schleppte sie auf der Oberfläche des Meeres schwimmend mehrere Stunden weit fort. Als der Tag anbrach, fanden sie sich Pissarro gegenüber, vier Meilen von der Küste und Ungedachten zu landen, als ein Windstoß sie erfasste und auf die hohe See zurückschleuderte. Sie waren verloren. Jede Barke floh entsetzt, so wie sie sich ihr näherten. Glücklicherweise begegneten sie endlich einem gebildeteren Schiffer, der sie an Bord hisste und in Ferada ans Land setzte. Eine entsetzliche Reise, nicht wahr? Aber Zambekari bewährte sich als ein braver, energischer Mann. Kaum war er von seinen Leiden wieder hergestellt, so begann er seine Ascension von Neuem. Während einer derselben stieß er an einen Baum, wobei sich die brennende Spirituslampe auf seine Kleider ergoß und er von Feuer förmlich eingehüllt wurde. Auch seine Maschine hatte bereits Feuer gefangen, als er endlich halb verbrannt wieder auf der Erde ankam. Zuletzt, am 21. September führte er noch eine Fahrt in einen Baum, die Spirituslampe setzte den kühnen Schiffer abermals in Brand, Zambekari stürzte herab und fand seinen Tod. Und im Angesicht all dieser Tatsachen können wir noch schwanken? Nein, je höher wir steigen, desto ruhmvoller wird unser Ende sein. Als der Ballon von allen Gegenständen, die er enthalten hatte, befreit war, schwebten wir in Höhen, die nicht mehr abgeschätzt werden konnten. Der Erostat vibrierte in der Atmosphäre. Bei dem geringsten Geräusch heilte das Himmelsgewölbe wieder. Unser Ballon, der einzige Gegenstand, den mein Auge in der Unermesslichkeit erfasste, schien bereits der Vernichtung anheim zu fallen. Über uns verlor sich die Höhe des Himmels in tiefer Finsternis. Ich sah, wie das Individuum sich neben mir aufrichtete. Die Stunde ist gekommen. Wir müssen sterben, sprach er zu mir. Die Menschen haben uns ausgestoßen und verachtet. Wir wollen uns dafür rächen und sie zerschmettern. Erbarmen, flehte ich. Hauen wir die Seile ab, rief er. Diese Gondel sei ausgesandt in den Weltenraum. Die Attraktionskraft wird ihre Richtung ändern und so können wir noch heute auf der Sonne landen. Die Verzweiflung galvanisierte mich. Ich stürzte auf den Wahnsinnigen zu. Wir fassten uns und ein furchtbares Ringen begann. Aber ich wurde niedergeworfen und während der Rasende auf mir kniete und mich auf diese Weise festhielt, hieb er die Seile der Gondel durch. Eins zählte er Gott Zwei Drei Ich machte eine übermenschliche Anstrengung, richtete mich empor und stieß den Unsinnigen mit Gewalt zurück. Fie rief er jetzt. Die Gondel fiel. Aber instinktmäßig klammerte ich mich an das Tauwerk und wickelte mich in die Maschen des Netzes. Der Rasende war in dem Raume verschwunden, während mein Ballon zu unermesslichen Höhen emporgetragen wurde. Ein betäubendes Krachen ließ ich hören. Das zu sehr ausgedehnte Gas hatte die Hülle gesprengt. Ich schloss die Augen. Nach einigen Sekunden wurde ich durch eine feuchte Wärme wieder zum Bewusstsein gebracht. Ich schwebte mitten in Feuerwolken. Der Ballon drehte sich mit schwindelnder Schnelligkeit und legte vom Winde erfasst 100 Meilen pro Stunde in seiner horizontalen Bahn zurück. Um ihn her zuckten Blitze. Mein Fall war indessen nicht sehr rasch. Als ich endlich die Augen wieder öffnete, bemerkte ich Land. Trotzdem schwebte ich in größter Gefahr, denn in einer Entfernung von etwa zwei Meilen bemerkte ich das Meer und der Orkan trieb mich in gerader Richtung darauf zu. Plötzlich fühlte ich eine so mächtige Erschütterung, dass ich Fingern durch und ich befand mich auf festem Boden. Das Ankenseil des Ballons hatte die Erdoberfläche gestreift, sich in einer Felsspalte verfangen und ich war an ihm herab geglitten. Mein Ballon, der auf diese Weise nochmals bedeutend entlastet wurde, verlor sich bald hinter dem Horizont des Meeres. Als ich wieder zum Bewusstsein kam, fand ich mich in einem Bauernhause gebettet und erfuhr, dass ich in Harder Wake einer kleinen gelderschen Stadt sei, die etwa 15 französische Meilen von Amsterdam am Ufer des Zeudersee liegt. Mein Leben war durch ein Wunder gerettet worden und als ich mir meine Fahrt noch einmal vergegenwärtigte, musste ich gestehen, dass sie durchweg eine Reihe von Unvorsichtigkeiten gewesen sei, die ein Wahnsinniger ausführte und die ich einen doppelten Zweck erfüllen, indem sie ihre Leser interessiert und belehrt. Die kühnen Schiffer der Luftbahnen aber möge sie nicht in ihren Forschungsreisen entmutigen. Ende von Ein Drama in den Lüften